Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast hier, mit dem habe ich schon einige Sendungen gemacht und immer wieder sehe ich, dass er so unfassbares Wissen hat über Wirkungen, aber auch über Nebenwirkungen. Und darüber möchte ich heute eine Sendung machen. Es gibt keine Wirkung ohne auch eine entsprechende Nebenwirkung. Und das Ziel ist heute, Sie darauf zu sensibilisieren, dass wenn Sie eine Wirkung wahrhaben möchten auf zum Beispiel ein Medikament, dass Sie sich dessen auch bewusst sind, dass es auch eine Nebenwirkung hat. Und unter Umständen ist es ganz wichtig, dass man einen Fokus auf diese Nebenwirkung hat und das vielleicht auch gleich bei der Verabreichung oder der Verschreibung des Arztes gleich anspricht. Und hier den Arzt vielleicht auch dazu sensibilisiert, hier auch einen Fokus darauf zu haben bei Ihnen. Das wird es sein. Heute nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, der sich darin wirklich gut auskennt. Der ist einer, der Dozent ist für angewandte Psychoneuroimmunologie, ist Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler. Da ist er, Dr. Markus Stark. Danke für die Erinnerung. Sehr gerne. Danke vielmals. Es ist ein Thema, was einfach mal diskutiert werden muss. Ich höre zum Beispiel, da nehmen die Leute Cholesterinsenker, weil Cholesterin so gefährlich ist. Das müssen wir jetzt auch nicht thematisieren, aber sie nehmen es. Und auf der anderen Seite haben sie ein unfassbares Zunehmen. Sie werden fett. Und ist das die Kausalität da? Naja, es gibt, wie du sagst, keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Alle Medikamente haben Nebenwirkungen. Vermarktet werden nur die positiven Wirkungen. Also das ist ja das, was der Marketing ist. Und ich sehe es auch, manche nehmen ja nicht ein Medikament. Ein Medikament kann Leben retten. Das ist kein Zweifel. Das kann eine Quick-Win-Therapie sein. Ich habe sofort eine Wirkung, es hilft. Ich habe selber jahrelang Kortison nehmen müssen. Wegen meinem Asthma. Ich hatte 30% Lungenvolumen. Und damals hat man gesagt, familiär bedingt. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Ich hatte 100% Vertrauen damals in die Schulmedizin, bis mir damals in meinem Studio mein Biochemiker erklärt hat, du hast keinen Asthma, du hast einen kaputten Dickdarm, du ernährst dich schlecht. Und wenn Kortison hilft, hilft Vitamin E in einer hohen Dosierung genauso. Aha, doch, wirklich? Ja, gleiche Funktion. Biochemie. Pathway erklärt. Gemacht, sechs Monate später kein Asthma mehr. Ist ja schon cool. Und jetzt hast du wirklich 20 Jahre gelitten? Ich habe meine ersten 20 Lebensjahre 30% Lungenvolumen. Wir hatten sie im Spital gesagt, Herr Stark, sie sind 80 Jahre alt. Ich habe mich damit abgefunden. Ich hatte 14-tägige Fieberblasen, all das. Das war mein Zugang zu dem Weg, ich muss was anderes suchen. Und ich war damals, weil ich es ja selbst erfahren habe, überzeugt, das funktioniert ja. Und man sieht ja heute, dass viele Menschen, man muss sich vorstellen, 25% der über 60-Jährigen in Österreich schlucken 80% aller Medikamente. 25% über 60-Jährigen schlucken 80% aller Medikamente. Wahnsinn. Die Frage muss man sich stellen, ist das notwendig? Gibt es kein gesundes Altbären oder Medikamente? Weil wenn man jetzt die Daten aus den USA hinzuzieht, die ja das sehr genau dokumentieren, ist die häufig, dritthäufigste Todesursache Nebenwirkungen von Medikamenten. Die ja bei uns eigentlich, ja, ist halt so. Man macht das so. Und da gibt es eine Reihe von Mittelchen, wo ich sage, da gäbe es genügend Möglichkeiten, dass es vielleicht einmal nicht notwendig ist. Wie schaut es mit dem Magen schon aus? Viele nehmen Cholesterinsenker, um die Cholesterin zu senken. Wo ich sage, okay, was zeigt die Datenbank? Die Katalogen sind natürlich vernarrt, ins Cholesterin zu senken. 130, LDL unter 50, am liebsten gibt es überhaupt kein Cholesterin drin. Aber dass das Demenzrisiko enorm steigt, dass das Zuckerrisiko steigt, weil der Transporter Glut 4 zum Beispiel nicht mehr exprimiert, also die Zuckeraufnahme blockiert ist. Demenzrisiko steigt, das muss man sich mal vorstellen. Cholesterinsenker erhöhen als Risiko für Demenz, wenn ich es lange nehme. Den Katalogen ist das gleiche, aber der will das Cholesterin senken. Aber das ist etwas, was du ein Leben lang nimmst. Du kommst fast nicht mehr weg davon. Und dann hast du die Demenz als Risiko, die Leute fühlen sich in einer trügerischen Sicherheit. Natürlich senke ich das Cholesterin, aber mit welchem Preis? Oder mit welchem erhöhten Risiko dazu? Und wir senken die komplette Energieherstellung. Coinsum Q10, die Herstellung wird blockiert. Das heißt, die Zelle kann kein Coinsum Q10 mehr ausreichend herstellen. Dann die Zellteilung wird reguliert über Cholesterin. Der Malvon Pathway. Das sind Sachen, die da blockiert werden. Der Cholesterinstoffwechsel ist einer der kompliziertesten, den es gibt. Ich habe immer gelernt, Cholesterin ist die Feuerwehr, die ausrückt, wenn es irgendwo brennt. Und wenn wir es reduzieren, wo wird denn das Feuer noch gelöscht? Cholesterin ist die Vorstufe von allen Sexualhormonen. Antriebshormonen, Cortisol, Q10, Gallensäure, das Progesteron, also das gehört auch dazu. Es wird so viel hergestellt. Und wenn ich das jetzt blockiere, sage ich, okay, habe ich ja auch auf den anderen Wegen Probleme. Der ganze Hormonhaushalt könnte durcheinander kommen, durch Magenhäuser. Komplett, durch Cholesterinsenker. Jetzt hat eine Frau, eine Person Stress. Stress, 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 Stress. Ist in einem Alter 50 plus. Kommt schon in die Menopause. Dann steigt ihr Cholesterin auf 230, 240, 250. Ja, muss ja. Muss, ja, es ist ein Muss. Der Körper sagt, ich brauche jetzt mehr. Und wenn ich das dann gewaltsam senke, sechs Monate später habe ich vielleicht eine Depression. Und ich weiß nicht, woher. Ja, die Wechseljahre. Und ich bin mit Cholesterin auf 170, 160. Und jetzt rennt aber die Person wieder zum Arzt. Wieder zum Arzt. Und der hat keine Ahnung. Kriegt wieder Psychopharmaka. Oder man schaut nicht auf den Q10-Spiegel. Also da muss man wirklich vorsichtig handhaben. Und das Cholesterin senkt ja auch nicht die LDL-Subfraktionen, die ein Risiko darstellen. Ich senke das Gesamtcholesterin. Aber das LDL, das böse Gänsefüßchen, hat ja viele Aufgaben. LDL transportiert mir das Cholesterin ins Gehirn, wo ich es benötige. Das geht ja mit drauf. Und das LDL kann man unterteilen in LDL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also in die Größe der Fettpartikel, die in der Blutbahn schwimmen. Und die senke ich ja nicht mit dem Cholesterinsenker. Das geht nicht. Also da wird ein Teil reguliert mit vielen möglichen anderen Nebenwirkungen. Das zweite Fatale ist die Riesenmenge und eine meist verschriebene Magenschoner. Der Name per se ist ja schon ein Humbug. Ich schone nicht den Magen. Ich zerstöre praktisch gewaltsam meine Magensäureproduktion. Weil viele denken halt noch, ich habe Sopren. Zu viel Magensäure. Zu viel Magensäure und die muss ich senken. Das ist schon mal der erste Humbug. Zu wenig Magensäure. Sopren nach dem Essen ist zu wenig Magensäure. Je. Wenn wir Sopren nach dem Essen haben, ist es ein Mangel an Magensäure. Hat die Person Stress. Stress hebt nicht die Magensäure. Stress senkt die Magensäureproduktion. Wenn die Person auch noch gleichzeitig Antihistaminika nimmt, senke ich noch zusätzlich die Magensäure. So. Jetzt nehme ich Magenschoner gegen das gedachte Sopren. Ich hebe den pH-Wert. Im Magen haben wir einen pH-Wert von ca. 1 bis 2. Sehr sauer. Dann wird das Eiweiss wahrscheinlich nicht mehr aufgespalten. Das Eiweiss wird nicht gespalten. Der pH-Wert geht auf 4. Ab 2,4 pH-Wert kannst du kein Eiweiss aufspalten. Jetzt hast du zu grosse Eiweissmoleküle, Eiweissketten, die in den Dünnen gelangen. Und dort gibt es dann Fusselalkohol, Ammoniakbildungen. Jetzt kannst du das nicht verdauen, weil du einem Verdauungsenzyme sagst, ich schaffe das nicht, das ist zu gross. Wenn die Person gleichzeitig noch eine fette Bankress hat, also eine Verfettung von der Bauchspeichelgrüße, hat sich gleichzeitig einen Mangel an Verdauungsenzyme und zu grosse Eiweissmoleküle. Jetzt geht alles in den Dickdarm. Fäulnis, Gärung, Gasbildung, Fusselalkohol, also wirklich toxische Bildung. Ammoniak bildet sich in Ammonium, das geht ins Hirn. Die Leber wird belastet, du zerstörst dein dünner Mikrobiom dadurch, Magenschoner erhöhen das Risiko für Herzinfarkte, Nährstoffaufnahme gestört, die Mineralien, ADEK, Mineralienaufnahme, B-Vitamin-Biotin-Aufnahme gestört. Und das, was du jetzt gerade alles so sagst, das wird der Arzt beim Verschreiben nie so am Patient sagen. Weil er das nicht lernt. Er lernt es nicht. Und das sehe ich ja, wenn ich Unterricht gebe. Das steht aber im Kleingedruckten eigentlich drin, aber das ist ja etwas, was wir vielleicht auch nicht so verstehen. Man müsste es kompensieren. Man müsste es unbedingt kompensieren. Also es ging ja alles. Man müsste aber reagieren. Ja, natürlich müsste man es ausgleichen. Man müsste es ausgleichen, Magenschoner sind. Weil wie lange nehme ich das? Natürlich ist die Zeitdauer. Aber ich habe Kunden, 30 Jahre. Aber dann gehen wir vielleicht einmal ins Insulin rein, ins Diabetes. Was passiert hier, wenn jemand einfach sagt, okay, ich bin jetzt Diabetiker, ist halt so. So habe ich hier oben eine nette Sonde und die gibt mir hier alles, was ich brauche oder hau mir jeden Tag eine Spritze rein. Kann ja leben damit. Aber mit welchen Reaktionen oder Folgenproblemen? Ja, es ändert sich nichts im Grundproblem. Ich kann ein Problem verzögern. Aber bei uns wird es auch so erzogen, Essen, Messen, Spritzen. Dann Essen, Messen, Spritzen. Ich brauche nichts ändern. Das ist doch der angenehme Weg. Schwierigste ist Lebensstilveränderung. Und dann kommen alle Komplikationen dazu vom Immunsystem, von der Wundheilung, vom Wundmanagement. Allein in Deutschland, 30.000 Unterschenkel, werden jedes Jahr amputiert durch Zuckerbeine. Das ist ein riesen ökonomisches Problem. Allein, aber nur, Krankheit ist Business. In Deutschland allein 8 Millionen Diabetiker und die tragen mit den Menschen, die ein metabolisches Syndrom haben, sind 20 Millionen. Allein diese Gruppe trägt 50 Milliarden Euro zum BIP bei. Somit wird man nie Interesse haben, da was zu verändern. Obwohl Diabetes Typ 2, wenn es rechtzeitig, alles frühzeitig umgestellt wird, mit Lebensstilveränderung, Coaching, ist in 4, 6, 8 Wochen das Thema erledigt. Ja, verrückt, oder? Man macht es nicht. Das interessiert niemanden. Diabetes Typ 2 ist eine Fettlebererkrankung, dann entstehen die Entzündungen im ganzen Körper, dann nimmt man wieder Entzündungshemmer. Schmerzmittel. Was machen die? Leaky Gut. Schmerzmittel machen den Magen kaputt. Um den Magen nicht kaputt zu machen, nehme ich Magenschoner. Dann nehmen wir Blutverdünner. Ab einer Menge von Thromboase oder Acetylsälezylsäure, ab 30 Milligramm aufwärts, produzieren wir nicht mehr den körpereigenen Magenschutz. Prostaglantin E2, das funktioniert nicht mehr. So, das fehlt. Durch das Medikament. Jetzt kriege ich dann langfristig mal Magenprobleme. Dünndarmprobleme. Alle Rezeptionsstörungen. Sieh dir an, wie viele Menschen dieses Restless Leg Syndrom bekommen. Unruhige Beine, Polyneuropathien, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Energielot. Das sind alles oft Nebenwirkungen und den muss der gute Arzt erkennen und so sparsam wie möglich sollte er mit Medikamenten umgehen und Alternativen suchen, was ist wirklich notwendig. Was braucht der Mensch und warum? Also wie kriege ich meinen Patienten dann eigentlich nach absehbarer Zeit auch wieder weg von meiner Medikation? Das sollte ein Ziel sein. Oder er muss die Datenbank betreiben, der Arzt. Okay, Medikament XY, Wirkstoff. Wo wird er abgebaut in der Leber? Cardiolab.ch Tolle Schweizer Website. Ich hoffe, dass es es noch gibt. Ich weiß es nicht. Cardiolab.ch Gibst du den Wirkstoff ein. Leber wird dort entgiftet. Dort darf ich nicht, weil da Wechselwirkung da ist. Das müsste der Arzt können. Sollte er können, aber da kommt zu wenig. Keine Zeit. Drei Minuten Gespräch mit dem Patienten. Riesendurchsatzmenge von Patienten. Na, wo kommt die Zeit? Ich habe die Zeit nicht. Oder der Arzt hat sie nicht. Und somit wird verschrieben, verschrieben, verschrieben. Gegen Symptom, gegen Symptom. Immer mehr. Und dann sind es keine Einzelfälle. 10, 15, 20 Medikamente pro Tag. Das ist reine Gesundheitslotterie. Das ist reine Gesundheitslotterie. Und dann wird das dem Alter zugeschrieben. Das ist alles vom Alter. Ja, kann man nichts tun. Keiner nimmt sich der Sache an. Da musst du wirklich einen guten Automokularmediziner suchen. Einen, der sparsam mit Medikamente umgeht. Der sagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt und reduzieren etwas, geben vielleicht Zink unbedingt als Magenschutz. Also wenn jemand Magenschutz nimmt, muss er Zink dazu bekommen. Oder Glutamin. L-Glutamin, die Aminosäure, ist die Grundlage für Magenschleimschutz. Grundlage, muss man dazugeben. Zink, that's all. Zink ist Magenschutz. Und Vitamin C, ganz wichtig für Magenschutz. Darum heißt es ja Plus C, die bekannte Marke mit C dazu, weil Magenschutz ist. Und da muss man fragen, was braucht er wirklich? Kurzfristig und langfristig. Und manche nehmen dauerhaft Medikamente. Da muss man halt schauen, dass die Leber gut entgiftet, dass man das unterstützt und eventuell eine Alternative findet dazu. Wirkt natürlich nicht so schnell und intensiv wie ein Medikament. Das muss auch klar sein. Also ich kann an Kortisonspray, den ich brauche, nicht einfach so ersetzen. Das geht nicht. Ich muss mich mal fragen, warum habe ich Entzündungen in der Lunge? Das muss ich mir die Grundfrage stellen. Warum habe ich Magen-Darm-Probleme? Man muss immer fragen, wenn ich behandelt werde, warum, wo liegt die Ursache dafür? Das ist ja die Kunst. Dann, warum funktioniert mein Immunsystem nicht? Was passiert, wenn man dann ständig Kortisol zu sich nimmt? Das hat ja auch eine Nebenwirkung, oder? Ja, also wenn du es dauerhaft, in einer hohen Dosierung, oder in einer relativ hohen Dosierung nimmst, dann kann es zu einer Abschwächung daneben in Eigenproduktion kommen. Und wenn jemand Kortisonpräparat nimmt, muss er zum Beispiel Vitamin D dazu nehmen, weil die Bildung auch von Kortisolrezeptoren Vitamin D abhängig ist. Aber das weiß jetzt auch wieder, vergisst man drauf. Jetzt nimmt er viel zu lange Kortison, Kortisonbomben, und dann gibt es eine Abschwächung der Rezeptoren. Und das muss man unbedingt Vitamin D kompensieren, also so gut wie möglich kompensieren. Ganz wichtig, DHA dazu, also die Omega-3-Fettsäure DHA, die auch für Rezeptorbildung notwendig ist. Und da wird zu wenig Achtsamkeit geschenkt. Wenn jemand ein Epileptikum-Valproinsäure gibt, man hoffentlich nicht mehr so häufig, muss man L-Canidin geben. Da gibt es ja den Taschenatlas der Wechselwirkungen von Medikamenten, von Uwe Gröber kann man ja erwähnen. Da steht das alles drinnen. Das ist ja nichts Unbekanntes. Da müsste man sich halt damit beschäftigen. Bei welchen Krankheiten gebe ich welches Medikament, welche Wechselwirkungen, worauf muss man achten? Dass ich keinen B12-Mangel bekomme dadurch. Also da muss man, sollte man darauf achten. Und wenn jemand Cholesterinsenker kriegt, muss er Q10 bekommen. Das ist eine Pflicht. Das ist Pflicht. Das ist nicht ein Wunschdenker, das ist Pflicht. Nein, ich glaube, das macht niemand, oder? Nein, das macht niemand. Und das ist ja schon bei der Pille. Die Pille ist ein Medikament. Die wird so leicht verschrieben. Die Pille macht das Mikrobiom kaputt, kann Lactopazillen senken. Die Pille erhöht deutlich den Bedarf von Vitamin B6. Die Pille macht den Magen kaputt. Die senkt Lactopazillen. Ach, dann müsste man eigentlich Lactopazillen zu klimitieren. Kann passieren. Also man könnte selber Joghurt machen mit Lactopazillen. Zum Beispiel. Und was sieht man? Das Mädchen bekommt Pille. 14 Jahre alt, nimmt die Pille. Hat vielleicht durch die Pubertät ein bisschen Akne. Jetzt gibt man was? Antibiotika. Dauerhaft, weil das Mädchen möchte ja keine Akne. Dann die Pille. Dann sechs Monate später Histaminintoleranz. Weil die Pille frisst B6 und B6 brauchst du im Darm, um das Enzym DAO zu bilden. B6 brauchst du im Gehirn, um Serotonin zu bilden, Dopamin zu bilden, GABA zu bilden. Jetzt kann sechs Monate später die erste Anzeige psychischer Probleme entstehen. Depression. Dann kommt Histaminintoleranz, psychische Probleme, auslöser war die Pille. Und wenn dann die Haut nicht funktioniert, nehmen wir das Antibiotika weiter. Wenn die Akne noch schlimmer wird, kommen wir zum nächsten Medikament beim Hautarzt. Das nennt sich bei uns Ciscotan. Und das ist das Drama. Das ist ein extrem toxisches Medikament. Und die nehmen das monatelang. Dauerhaft. Und wenn dann die Person eines Tages aufhört mit dieser Pille. Dann bin ich ja wieder am gleichen Thema. Und dann die Wechseljahrebeschwerden, weil die neben ihr nichts mehr hinkriegt, oder? Ja. Das ist schon... Ich habe einmal einen Artikel gelesen, wo man in Functional Medicine ist gestanden, zehn Jahre durchgehende Pille. Circa zehn Prozent der Frauen sind chemisch kastriert, können keine Kinder mehr kriegen. Tja, und wie viele Männer, die aufgrund des Trinkwassers, das sie trinken, und so viele Hormone zu sich nehmen, weil keine Kläranlage diese Antibabypille in den letzten 50 Jahren jemals herausgenommen hat, redet man ja jetzt mal nicht darüber, oder? Ja, das ist ja noch die Toxizität durch Medikamente, die in der Abwasser entsteht. Das ist in Spitälern ein Riesenthema. Aber gehen wir mal zum Beispiel zum Herz-Kreislauf-Situationen oder Bluthochdruck. Was kann man da für Nebenwirkungen bei diesen Medikationen? Auch Mitochonden werden geblockt. Mitochonden werden. Beta-Blocker können die mitochondriale Atmungskette, Citratzyklus, blockieren. Ja. Dann bin ich platt, oder? Dann habe ich Energielosigkeit. Energielosigkeit. ACE-Hämmer erhöhen das Pradykinin, und Pradykinin ist ein Schmerzauslöser. Kann Ödeme bilden. Das ist natürlich dann auch der nächste Schritt. Also man muss dann suchen. Schwieriges Thema, weil wenn jemand wirklich Bluthochdruck hat, ist das auch ein Risikofaktor. Also ich muss ja was unternehmen. Ja, muss ich ja machen. Ist ja auch gut. Aber es hat ja eine Ursache, wenn man die Ursache parallel zur Medikation einprobiert, und kann man mit der Zeit reduzieren. Genau. Habe ich auch schon gehört, kann Vitamin C durchaus auch eine Rolle sein, dass es die Elastizität der Medikation mit erhöht. Ja, ganz klar. Man muss schauen, Bluthochdruck kann verschiedene Ursachen haben. Kann Nierenverfettung dahinterstehen, kann ein Stickstoffmangel sein. Sogar die Psyche kann verantwortlich sein. Unter Druck stehen. Unter Druck stehen. Und da muss man schauen, wie hoch ist der Druck, wie ist die aktuelle Situation. Magnesium ist immer blutdrucksenkend. Magnesium ist immer blutdrucksenkend. Immer blutdrucksenkend. Und macht das jemand? Nicht vorrangig. Vielleicht dazu. Sollte man auf alle Fälle geben. Magnesium entspannt. Das ist ja, unser Arteriengefäß, oder das ist eine Muskulatur, die muss ja Konstruktion auf- und zugehen. Das ist ja ATP-abhängig. Und ATP-Abhängigkeit ist wieder Magnesium-abhängig. Und Stickstoff, damit das Gefäß aufgeht. Da gehört das Enzym endotheliales Stickstoff. Also das macht Stickstoff in den Gefäßen. Wenn man dann Arginin gibt, alleine wird es zu wenig sein. Aus Arginin wird Stickstoff. Aber nur, wenn alle Kofaktoren da sind. Du musst dir so vorstellen, das Enzym spiegelt sich in dem Gefäß. Also das schaut so aus. Das alleine ist Enos. Enos spiegelt sich und das ist verbunden mit Zink. Erst so funktioniert das Enzym. Und jetzt, wenn ich, damit das so aussieht, das Enzym, brauche ich Kofaktoren. Riboflavin, B2, Eisen, Benfotiamin, das wäre mein B-Vitamin, Flavonoide, Zink, Arginin. Also der Komplex sorgt dafür, dass ich mehr Stickstoff produzieren kann. Und wenn ich das jetzt mit dem Mineralienkomplex plus am B-Komplex plus Arginin versuche, drei Gramm beginnend einmal, vielleicht bis zu fünf Gramm, dann kann man beobachten, dass der Druck sich einmal nach unten tendiert. In mehreren Wochen. Es geht nicht schlagartig. Magnesium dazu, Omega 3 rauf. So, dann sehe ich schon mal, ja, das geht schon mal. Bewegung, ja, Bewegung und natürlich, wenn dann der diastolische Wert schon erhöht ist, um 160 zu 110, dann ist Alarm oder 160, 100. Aber dann sind schon jahrelange Stressoren da, die zu viel Noradrenalin, Adrenalin produzieren. Wieder ein Stressfaktor dahinter. Und dann, viele kommen dann zu spät oder messen es nicht oder merken es nicht, dann ist natürlich eine Erstredikation absolut notwendig. Und parallel dazu sollte man Möglichkeiten, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die das unterstützen, den Bruttdruck zu senken. Weißt du, diese Sendung gerade ist sowas von wichtig und bedeutsam. Wir wollen ja jetzt nicht Angst und Schrecken verbreiten, aber die Sensibilisierung zu zeigen, dass man sich mit einer Diagnose ja nicht identifizieren sollte, sondern den Ansatz sofort natürlich annehmen, aber den Fokus auf eigentlich die Entausschleichung dieser Medikation hin zur lösungsorientierten. Weil wir müssen ja immer eine Lösung haben, aus dem rauszukommen, sonst kommen diese Folgeprobleme. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir suhlen uns sehr gerne in einem Leid einer Diagnose. Weil wir haben Gemeinschaft, wir haben Themen, wir wissen, über was wir reden können, wir können immer sagen, uns geht es schlechter als dir und das habe ich schon lange erlebt. Irgendwie so ein bisschen so, hast du nicht auch das Gefühl, dass die Menschheit sich immer mehr identifiziert? Ich bin die Krankheit. Ja, über Krankheit, gibt die größte soziale Aufmerksamkeit. Dann ist aber die Einsamkeit eigentlich dahinter der Grund. Mag sein. Ich sehe es immer, es ist entweder die Familie in einer Situation, die nicht harmoniert oder der Job, der mich nicht befriedigt. Und wenn Menschen zusammenkommen, worüber reden wir? Worüber redet man? Krankheit, Essen, Wetter. Wetter, Essen, Krankheit, kennst du den Kranken, hast du schon gehört und wie geht es mir selber? Ich klage mein Leid und suche natürlich Leute, die das annehmen und mir vielleicht Informationen geben, wie auch immer. Darum, ich frage, dass der Satz, wie geht es dir, finde ich auch nicht gut. Wenn jemand im Spital ist und der bekommt Besuch von jemandem, wie geht es dir, was assoziiert der mit? Man müsste eigentlich sagen, heute siehst du blendend aus. Viel besser als noch vorige Woche, die Gesichtsfarbe. Meinst du wirklich? Ja, das gefällt mir besser. Aufbauend. Positive Information. Und das fehlt auch ganz klar in der Schulmedizin, weil man auch die Anamnese nicht richtig lernt und oft hier mit sehr viel Angst arbeitet. Wenn sie das nicht tun, übernehme ich für sie keine Verantwortung. Wer übernimmt für mich eine Verantwortung? Das bin immer ich selber. Das ist ja herzig, oder? Oder ganz fatal, wollen sie vielleicht sterben? Niemand will sterben. Das sind natürlich völlige Fehlinformationen und da fehlt es beim Studium der Mediziner an der Gesprächstechnik, Gesprächsführung, an der Anamnese, an der Empathie. Wie baue ich ein empathisches Gespräch auf mit dem Patienten, dass der Vertrauen aufbaut, dass der sagt, ich gebe meinem, ich vertraue ihm jetzt, dass der mit meinem Körper das Richtige tut. Und da fehlt es auch schon in der Grundausbildung. Das ist nicht einfach. Juristen lernen natürlich ein Gespräch, aber das ist ein kein offenes Gespräch. Haben sie ja, nein? Also, wenn ich an Patienten frage, haben sie Schmerzen, dann was kann ich antworten? Ja oder nein? Beschreiben Sie mal, was hat Einfluss auf Ihren Schmerzzustand? Ja, wenn ich mich bewege, wird es etwas besser. Wenn ich in Ruhe fahre, ist es etwas schlechter. Ich muss einen Lebensstil hinterfragen und da muss man eben suchen, was können wir verändern oder was kann er verändern mit Unterstützung von außen, mit Substanz XY oder mit einer Manualtherapie. Aber weisst du, wenn ich mit einem Diabetiker rede, der einfach glücklich Diabetiker ist und ihm sage, ja, du könntest doch mal, oder? Hast du mal gehört, ein bisschen weniger Kohlenhydrat, weniger Brot. Dann sagt er, wir hatten noch nie gehört, sowas. Noch nie. Die Verschwörung ist so blödsinn, der Arzt hat mich eingestellt, ich muss mit dem Leben. Das passt, genau. Also der ist ja glücklich eigentlich mit der Situation. Ja. Und klar, wenn er jetzt die Sendung hört und sagt, ja, Diabetes könnte Folgeprobleme geben, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, mein Arzt wird das dann auch richten, oder? Ja. Also irgendwie ist, man genießt die Situation einer Krankheit. Es ist auch bei Diabetes und Übergewicht natürlich noch viele Sachen, die man hat untersucht. Ganz spannend, wir haben ein Belohnungssystem im Gehirn, der Nucleus Akkumbens. Ja. Und Essen ist immer Belohnung. Wenn wir Hunger haben und wir haben in der Revolution Nahrung gefunden, dann war Essen finden, Essen eine Belohnung. Ich habe endlich Nahrung. Ja. Das löst einen Dopaminspiegel aus im Gehirn. Und man hat das untersucht mit einem PET-Scan. Je höherer Body Mass Index, desto kleiner unser Belohnungszentrum. Das heißt, wie kann ich mich dann noch belohnen? Indem, dass ich mehr esse. So, aber mir dieses Belohnungszentrum, wo Dopamin produziert wird, ist auch notwendig, dass ich Lust zu habe. Lust für Bewegung. Und Übergewicht ist nicht die Folge von Bewegungsmangel. Bewegungsmangel ist die Folge von Übergewicht. Umgekehrt. Das heißt, die Menschen mit Diabetes stecken in einem Dilemma. Es sind Entzündungen da im gesamten System. Die Entzündungen lösen ein Antriebsverhalten, ein negatives Antriebsverhalten aus. Ich habe keine Lust zu. Und wenn du das nicht hast, keine Energie, hast du keine Energie, was zu verändern. Also die bräuchten wirklich professionelles Coaching, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, Lebensstil zu verändern, damit du den Teufelskreis durchbrichst, damit er dann versteht, wie es geht. Nur mit Information wird es schwer haben, es schaffen einige, die sagen, jetzt reicht es. Aber nur mit Information, die sind im Stich gelassen. Die bräuchten wirklich die gute Information plus Coaching, sage ich mal, Reha-Zentrum für Diabetes. Aber nicht nur, essen Sie die Broteinheiten oder das und dann gehen Sie nach Hause und messen Sie den Zuckerspiegel, sondern die Erklärung, dass es reversibel wäre, wenn es rechtzeitig ist. Dann würde es gehen. Weil die haben ja die Empfindlichkeit verloren, auf Dopamin verloren. Die sind entzunden, die haben riesengesundheitliche Probleme. Und bei Diabetes Typ 2, keiner redet davon, dass die massiv alle, 80, 90 Prozent Vitamin B1-Mangel haben. Deutlich messbar. B1-Mangel. Ohne B1 kriegen die keine Glucose in die Zelle. Ohne Glucose keine Energie. Und da müsste man ansetzen. Aber die Leitlinien sagen, schreiben wir es anders vor. Ja, es ist halt ein Ansatz, ein anderer Ansatz als sofort, das als Reparaturmedizin, hier sofort Hilfe zu leisten. Das ist legitim und das ist sehr wichtig. Aber es ist noch nicht zu Ende gedacht. Und irgendwie fehlt bei uns hier ja in Europa einfach diese Brücke zur Ursachenmedizin. und hier auch eine Heilung zu verständnis, sodass diese Notfallmedizin nicht mehr notwendig ist. Logischerweise. Und das fehlt. Und das möchte ich einfach heute mit dieser Sendung einfach nochmals aufzeigen. Wir haben jetzt nicht über einen Senfgasanschlag gesprochen, was sicherlich auch irgendwelche Nebenwirkungen hat. Müssen wir auch gar nicht. Ich glaube, wir haben hier klar und deutlich gezeigt, dass es immer Wirkungen gibt. Wir haben jetzt auch nicht darüber gesprochen, wenn es zwei, drei Medikamente sind, dass der Arzt auch keine Ahnung mehr hat, was da für Reaktionen entsorgt werden könnten. Kein Mensch. Und Fettleber dazu, das weiß kein Mensch mehr. Nein. Und wenn wir dann noch Lebensmittel zu uns nehmen mit E-Nummern, hat das ja auch einen Einfluss auf die Medikamente. Natürlich. Und du musst auch bedenken, jetzt hat eine Person Stress mit einem hohen Cortisol-Spiegel. Da steigt er unmittelbar durch Stress. Cortisol blockiert die Leberentgiftung. Also hohe Cortisol-Spiegel, dann kriegt die Leber den Input, ich muss Glucose produzieren, aber nicht entgiften. Und somit kann die wirklich sagen, okay, ich stelle dir jetzt Glucose und Fettsäuren her für deine Energie, weil du hast eben viel Stress, aber die Leberentgiftung geht gleichzeitig nach unten. Und das kann sich dann so aufschaukeln und die Leberentgiftung immer dann, wenn wir nüchtern sind. Wenn sie sagen, okay, jetzt habe ich Zeit zum Entgiften, wenn ich permanent esse, muss ich mit Energieverteilung beschäftigt sein, mit Einspeicherung. Also das ist ein System, mega komplex. Aber wir wissen, nüchtern Phasen ist Leberentgiftung, Leberentfetten, Medikamentenabbau. Und das kann man unterstützen mit Naturmittel, damit die Leber besser funktioniert. Und super. Da zahlt man ansetzen. Danke dir ganz herzlich. Danke. Dr. Markus Stark, war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das war mir jetzt ganz, ganz wichtig, diese Sendung auch wirklich zu produzieren und sie zu sensibilisieren. und vielleicht können Sie auch diese Sendung dem einen oder anderen Menschen weiterreichen, wo Sie wissen, dass der irgendwo in einer Sackgasse gefangen ist und einfach nur eine Notfallmedizin nutzt, die wichtig ist, aber nicht der Ansatz da ist, sich zu hinterfragen, ob man da irgendwie auch wieder rauskommt und langfristig die Gesundheit wahren kann, ohne die Folgen zu haben, eine unangenehme Nebenwirkung. Das war's. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen.